Meine Damen und Herren, hier sind für Sie die Matrosen in Lederhosen. Und das sind die Lederhosen, doch jetzt kommen wir. Wir sind Matrosen in Lederhosen, das hat die Welt noch nicht gesehen. Gehen die Matrosen in Lederhosen, dann bleiben alle Leute stehen. Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern, keine Angst, keine Angst, Rosmarie. Wir lassen uns das Leben nicht verbitten, keine Angst, keine Angst, Rosmarie. Und wenn die Gank rumrudern, das kommt vom Segeln, das kommt vom Fische fangen auf hoher See. Das kommt vom Rudern, das kommt vom Segeln, das kommt vom Fische fangen auf hoher See. Vom Strand, durchs Land, zum Alpenrand. He he jo, der Alpenlaffaloma. He he jo, vom Boot vom Berg ist hart. He he jo, dieser Alpenlaffaloma ist cool, ist geil, ist nicht ganz normal. He he, du das Ding rein, schalalalala, das Ding, das muss doch drin sein. Schalalala, das kann doch nicht so schwer sein, du hast es in der Hand. Und wenn das Ding erst drin ist, dann wackelt hier die Wand. Komm Junge, tu das Ding rein, dafür bist du bekannt. Annemariechen, wie heißt dein erstes Kind? Annemariechen, wie heißt dein erstes Kind? Das Kind heißt Waldemar, weil es im Wald geschah. Das kommt vom Trippel-Trappel, Trippel-Trappel-Trippens vorne zwickt. Das Kind heißt Waldemar, weil es im Wald geschah. Das kommt vom Trippel-Trappel, Trippel-Trappel-Trippens vorne zwickt. Annemariechen, wie heißt dein zweites Kind?